Untertitelung des ZDF, 2020 William Joseph Blaskewitsch gefangen nehmen konnten. Die Bestnahme erfolgt in einem Bauernhaus nahe Dallas mit einem schnellen Einsatz ohne Todesangba. Nun wird diesem Schwerverbrecher und ehemaligen Terroristenanführer die Gerechtigkeit erfahren. Wir seienen unzähligen Opfer verwerten. Unser ruhvolles Reich wird nicht ruhen, ehe der Krieg gewonnen ist. Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Die Schwerverbrecher werden verletzt. Sieg Heil! 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 Erste Er ist der einzige Person auf dem Planeten, zu überleben, seine Kopfschmerzen? Mr. Vlascovich, kann ich verstehen? Aha, okay, so listen to this. Einmal vorhin, Caroline hat diese biologisch genieuret Super-Soldier-Body aus einer Nazi-Scientific Land. Sehr, sehr beeindruckt. Annihle, bitte show das zu ihm. Look, William. Set wird das für die Verbindung zwischen deinem Kopf und deinem Körper. Annihle! Kindler, bitte, ich bin ein Auto-Tucker. Ich bin ein Auto-Tucker. Ich bin ein Auto-Tucker. Das sind sehr rare Nazi-Compat-Equipment von Super-Soldier-Body. Unsere Fertig sind in der Welt. None von ihnen funktioniert. Aber ich habe genug Material für eine Kontraption. Ihr solltet ihr, welcher du willst. Ihr könnt ihr wählen. Blink once für diesen. Blink twice für den in der Mitte. Blink drei Mal für den da. Alright, Robert. Ich habe den Schraubst du geplant. Du musst es auf. Mal sehen, was du mit ihr tun kannst. Herr Blasch, du hast den Öffnungs-Kluss-Kluss-Kluss? Ja, Herr Blasch! Jetzt! Experiment mit der Training-Kluss-Kluss-Kluss! Es ist ein Neues-Kluss! Es ist ein Neues-Kluss! Caroline, danke dir. Take back your wings. I don't need them anymore. It's remarkable to see you here standing in front of you. Get it up there! Buzzwords, my friend! What a happy day! Welcome back to the land of the living kind! Hey, welcome back on all that, Buzzco. I'd love to pinch your cheeks and ruffle your hair, but if we drop this thing, it'll explode and sink the whole fucking boat. Would you mind coming over here and lending a hand? Maxos! Maxos! Oh, God, here comes the idiot. Stay back. Maxos think it's very dangerous. You can go pull him like this. Oh, say your prayers. We're fucked now. They'll kill us all. No, 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 no! Maxos. What in the name of ass-tripping fucks has happened? Well done, Max. Outstanding. Oh, Eblaskovic! Oh, Eblaskovic! I saw what she did to you on the television broadcast. It was horrible. I'm sorry. I'm so sorry. I'm sorry a thousand times. But now I really have to pee. I'm so happy to see you alive again. Should go see if Grace has a job for me. Put this new body to good use. Hey, Blastoise! Move fast, Blastoise. Radiation level is high down there. Radiation level is high down there. You can't get inside the nuclear bunker before the radiation levels, you know, kill you. Radiation level is high down there. Radiation level is high down there. Radiation level is high down there. Quiet down there. Radiation level. Was ist das? The Nazis keep the stolen intel inside their command center. You gotta find your way in there. Let's go. Was hältst du davon? Wundert mich nicht. Das Gesundheits- Was hältst du? All right. Who's next? Was hältst du? Das war's. 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 New Orleans. Das war's. 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 Das war's.